Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder-Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT-Business-Coach GmbH und auch Initiator von IT-Founder. Hey, schön, dass du wieder beim IT-Founder-Podcast dabei bist. Heute geht es um einen kleinen Praxistipp, um eine Strategie, wie du als IT-Unternehmer die Portale Xing und LinkedIn und ganz speziell LinkedIn, da werde ich heute genau darauf eingehen, nutzen kannst, um schnell Neukunden zu akquirieren, wie du sichtbar wirst und wie du vor allem Vertrauen aufbauen kannst. Denn das ist etwas, was heutzutage viel, viel zu wenig gemacht wird und warum ganz, ganz viel Geschäftspotenzial auf der Straße liegen bleibt. Aber lass uns einfach mal einsteigen. Worum geht es heute? Also der Grundansatz, den wir heute besprechen, ist das Thema Social Selling. Das heißt also, wir sprechen nicht über irgendwelche bezahlte Werbung oder sowas, sondern wir sprechen darüber, wie du ganz gezielt ein Netzwerk aufbauen kannst, in den Dialog mit potenziellen Interessenten, mit Geschäftsführern im B2B-Bereich kommen kannst und darüber dann ein Verkaufsgespräch initiieren kannst. Und das Ganze kombinieren wir mit Content Marketing. Also wie du als Experte positioniert werden kannst, wie deine Fachexpertise einfach transportiert werden kann und du kontinuierlich immer Schritt für Schritt mehr Vertrauen aufbauen kannst bei deiner Zielgruppe. Also ganz konkret, ich mache es jetzt am Beispiel von LinkedIn. Auf Xing funktioniert es ganz ähnlich. Der erste Schritt ist, dass du dein eigenes Profil erstmal auf Vordemann bringst. Ich empfehle immer, mit dem persönlichen Profil zu arbeiten. Es gibt auch ein Unternehmensprofil, das kann man auch einsetzen und nutzen. Etwas einfacher ist die Strategie, wirklich mit dem persönlichen Profil zu arbeiten, weil Menschen einfach lieber sich mit Menschen vernetzen als mit Organisationen, mit Unternehmen. Und genau im ersten Schritt das eigene Profil zu optimieren, ein ansprechendes Foto drauf zu haben, wo das Gesicht auch klar zu erkennen ist. Gerne auch so ein bisschen zum Beispiel freigestellt, eine leuchtende Farbe im Hintergrund oder sowas. Gerne Unternehmensfarbe ist aber eigentlich nur so ein bisschen Eyecatcher, dass man stehen bleibt. Die Header-Grafik, also oben dieses Kopfbild, auch tatsächlich zu nutzen. Das muss nichts Wildes sein, aber es fällt einfach positiv auf, wenn da das Firmenlogo mit drin ist, wenn da vielleicht eine Grafik drin ist, die passend zu deinem Thema ist. Und dann logischerweise die eigene Tätigkeit, das eigene Unternehmen zu beschreiben, die eigenen Kompetenzen zu beschreiben, vielleicht auch noch zwei, drei Empfehlungen von zufriedenen Kunden anzufragen und damit aufzunehmen. Die eigenen Kompetenzen sollten auf jeden Fall mit drin sein, auch ein paar Zertifikate vielleicht mit rein. All das, was Vertrauen aufbaut und wo Leute sehen, hey, der ist genau für mich da. Und dann ist es super wichtig, den Profil-Slogan und auch den Text, der das Unternehmen vorstellt oder dein Profil vorstellt, aus der Sicht eines Besuchers so zu schreiben, dass der sofort weiß, hey, das ist genau das, wonach ich suche. Für welches Thema stehst du, für welche Zielgruppe bist du da, welches Problem löst du für die? Und was dürfen sie als nächstes tun, um mit dir ins Geschäft zu kommen? Also sollen sie dich direkt ankontaktieren, sollen sie dir eine Nachricht schreiben, sollen sie dich anrufen, sollen sie auf deine Website gehen, whatever. Ist das Profil optimiert, ist der nächste Schritt zu überlegen, wer sind meine Zielkunden? Und dann kannst du ganz einfach erstmal hergehen und sagen, okay, ich suche jetzt auf LinkedIn nach, nennen wir mal einen einfachen Fall, Geschäftsführern in München. Oder ich suche nach, bist deutschlandweit unterwegs für eine bestimmte Branche, du hast als Zielgruppe vielleicht Anwälte, dann suchst du halt nach Anwälten deutschlandweit. Und darüber kannst du dann deine Zielkunden filtern und kannst dann einen nach dem anderen ankontakten mit einer initialen Nachricht. Und diese initiale Nachricht schickst du einfach bei der Kontaktanfrage mit und ein Teil sagt ja, gerne, ein Teil sagt nein, ein Teil antwortet dir nicht, ein Teil antwortet dir. Dann bereitest du einfach eine zweite Nachricht vor, wo du sagst, okay, die Leute die Kontaktanfrage annehmen und nicht zurückschreiben, da schicke ich einfach die zweite Nachricht hinterher. Und im besten Fall gehst du dann individuell auf die Person ein, aber grundsätzlich das Wichtigste ist erstmal überhaupt, Kontakte aufzubauen. So, das ist die eine Schiene. Wenn jetzt der Kontakt hergestellt ist, dann geht es darum, mit der Person im Dialog eine Beziehung aufzubauen. Es geht jetzt um das Thema Vertrauen. Es geht um das Thema Vertrauen, aber auch diese Beziehung zielgerichtet hin zu einer möglichen Geschäftsbeziehung zu entwickeln. Also was Einfaches kann sein, wenn du sagst, ich suche jetzt in meiner Stadt, ich bin jetzt beispielsweise in Augsburg und schreibe jetzt jemanden an und sage, hey, du bist Geschäftsführer in Augsburg, ich bin IT-Dienstleister in Augsburg und habe viele interessante Kunden hier in der Region. Wenn du Lust hast, einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen und über aktuelle Themen zu sprechen im IT-Bereich oder sowas, lass uns mal einen Termin ausmachen. So, aktuelle Corona-Situation ist, Kaffee trinken gehen vielleicht nicht das beste Beispiel, dann halt eben telefonisch oder wie auch immer, du sagst so, ich will das Eis brechen und will einfach in den Dialog reinkommen. Wenn du dann den Dialog anfängst, dann versuch nicht, da irgendwie so einen ewig langen Chat aufzumachen und dann sind die 15. Nachricht und die 16. und das versandet dann irgendwann, sondern versuch auch wirklich gezielt nach der zweiten, dritten Nachricht oder vielleicht auch erst fünften, je nachdem, was für ein Gespräch sich da ergibt, den Kanal zu wechseln. Dann entweder per E-Mail oder auch wirklich super gerne ins Telefongespräch. Also einfach fragen, hey, ich habe gerade keine Lust zu tippen oder ich bin demnächst mit dem Auto unterwegs, ich würde gerne einfach kurz anrufen, dass wir zwei eins kennenlernen. Und darüber dann ins Gespräch zu kommen und im Gespräch kannst du dann schauen, hey, ist da ein potenzieller Kunde dahinter oder nicht. So, Social Selling, ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, wirklich erstmal die ersten Schritte zu machen, Kontakt aufzubauen, zwei, drei Nachrichten zu schreiben, zu telefonieren und zu gucken, hey, kommen wir ins Geschäft. Der zweite Teil der Strategie ist Content Marketing. Das heißt, jetzt herzugehen und zum Beispiel ein oder zweimal pro Woche, einfach mal als Hausnummer, öfter wäre besser, aber muss auch irgendwie passen für dich, ein oder zweimal pro Woche, einen Beitrag, einen kurzen Beitrag, ein kurzes Post auf LinkedIn zu veröffentlichen. Und das Charmante ist halt eben, in dem Moment, wo du das Netzwerk ausbaust und immer mehr Kontakte hast, sehen potenziell auch immer mehr Leute deine Beiträge und können darauf reagieren, darauf eingehen. Und wenn du dann jetzt mit den verschiedenen Touchpoints hast, verschiedene Berührungspunkte, zwei, drei, weil du mit Nachrichten schickst, dann lesen die vielleicht zwei, drei, vier Mal einen Beitrag, den du geschrieben hast. Dann kommt vielleicht nochmal ein, zwei Nachrichten und dann wechselt ihr aufs Telefon. Dann gab es jetzt schon, man sagt so sieben Kontakte braucht es, bevor irgendjemand zum Kunde wird. Und in dem Fall gab es jetzt halt eben schon sieben Kontakte. Der wird natürlich nicht immer gleich zum Kunden, aber das Vertrauen ist schon viel, viel höher, als wenn irgendeine fremde Person anruft und Kalterquise betreibt. Und das ist das Geniale an der Strategie, wenn du Social Selling und diesen Networking-Aspekt zusammenbringst mit Content-Marketing, wo du dann regelmäßig Beiträge postest und über beide Kanäle Vertrauen aufbaust, das Ganze aber zielgerichtet immerhin in Richtung Erstgespräch, in Richtung Dialog, wo du mit dem möglichen Interessenten gemeinsam auch wirklich ganz konkret sagst, hey, ich würde gerne mit dir ins Geschäft kommen, ich würde gerne einen IT-Service für dich übernehmen, lass uns doch mal darüber reden, was gibt es dann bei dir zu verbessern? Wo drückt der Schuh? So, super simpel. Und wenn du das umsetzen willst, dann gibt es zwei Schritte, die du sofort machen kannst. Das erste ist, dein eigenes Profil auf Vordermann zu bringen und am Tag einfach mal drei, vier, fünf Leute anzukontakten. Das ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist, einfach mal den ersten Beitrag zu schreiben und in der Woche live zu schalten. Dass in einer Woche dein erster Beitrag auf LinkedIn einfach mal gepostet wird. Wenn du Bock hast, das Ganze professioneller aufzubauen, schneller voranzukommen und darüber auch wirklich dein Business weiterzuentwickeln, dann können wir gerne individuell über deine Strategie reden. Da gebe ich dir ein paar Inspirationen mit und dann können wir auch schauen, inwieweit ich dich dabei unterstützen kann, das Ganze zu machen. Dann buchst du dir einfach einen Startup-Call, schaust auf itfounder.de vorbei, buchst dir einen Termin mit mir und dann können wir schauen, wie du das professionell umsetzen kannst, damit dein Business noch schneller wächst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, die Strategie umzusetzen. Ich freue mich auch, wenn wir zwei miteinander reden, wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten und vor allem wünsche ich dir richtig, richtig viel Erfolg mit deinem IT-Unternehmen. Bis nächste Woche. Ciao.